Ich bin schon wieder zurück mit einem ganz anderen Video, nämlich ihr seht schon mit Card Drift, was gestern rauskam. Ich habe es dann gestern Abend endlich mal geschafft, mich einzuloggen und habe natürlich schon gemerkt, es gibt ein Problem, nämlich das Spiel geht derzeit nur auf Steam, also heißt für PC-Spieler und Handyspieler. Handyspieler klappt, habe ich selbst ausprobiert, weil so habe ich meinen Account auch erstellen können, sodass ich mich am PC einloggen konnte, weil am PC gab es nämlich auch das Problem, dass man sich bei Steam nicht anmelden konnte. Da wurde immer nur gesagt, die E-Mail-Adresse ist nicht verfügbar, was halt total ein Blödsinn ist. Ich habe es mit 10 E-Mail-Adressen ausprobiert, habe gedacht, vielleicht web.de, wollen die Japaner nicht, weil das ist ja ein japanisches Spiel oder ein Koreaner, was weiß ich, keine Ahnung. Also wundert euch nicht, das Spiel ist derzeit nicht verfügbar im Shop, aber soll wohl demnächst kommen, wann weiß natürlich mal wieder keiner. Wir kennen das Spiel schon, ihr seht es, ich bin gerade live auf Twitch, einfach Yt Family Hack suchen. Ihr seht es hier gerade, da wo der kleine Mario unter mir rumturnt, Yt Family Hack, ist mal was anderes als Fortnite, macht auch Spaß, also ich habe mir auch ausnahmsweise mal den Battle Pass direkt geholt. Mal gucken, wie das Ganze wird, ich habe immer gesagt, bei Mario Kart, genau sowas müsste eigentlich kommen, ein Rennenspiel mit Zeitrennen. Mal gucken, ihr seht es mal gerade, ich guck mal gerade, also ihr seht schon, hier ist noch nicht viel gemacht worden, weil, weil Schiffrecke war das, hier die, warte, ne, hier war das, Ranking-Mission, ich bin auf Platz 88, aber weltweit, weil KR ist Korea. Wenn wir das mal vergleichen, warte mal, zack, da, dann gibt es eine Bestenliste, die kannst du dann in die Fahre herausfordern, hier seht man schon Taiwan, Korea, Korea, Hongkong, Großbritannien, also Deutsche sind auch nicht viele da, wenn ihr Bock habt, kommt natürlich gerne streamt vorbei, ich mache den Link nochmal unten in die Beschreibung rein und in dem Sinne, habt Geduld und auch so, hättet ihr dann bald schon dieses schöne Spiel spielen können, also ist wirklich gut, ich kann es wirklich nur empfehlen, also in dem Sinne, ich bin raus, haut rein.